Heute habe ich nicht nur die Abhaltewindel mitgebracht, sondern auch die Abhaltehose. Und das ganz Besondere ist, wenn jetzt jeder von euch so, was das für ein Design ist, das habe ich noch nie gesehen, das sind Unikate. Und zwar hat die Kundin uns hier für ihre Abhaltewindel einen wunderschön vorgewaschenen braunen Leinenstoff geschickt. Und wir haben den mit so einem ockerfarbenen Baumwollstandel und diesen purpurfarbenen Bündchen und den goldenen Knöpfen kombiniert. Ich finde es wunderschön und so edel. Und ungefähr so sieht es dann aus, wenn das Kind es an hat. Ich glaube, der perfekte Look fürs Frühere und fürs Schnelle Abhalten. Tja, und wenn ihr euch jetzt fragt, wie soll das eigentlich gehen, kann ich euch sagen, das ist ganz einfach. Ihr könnt einfach bei uns auf der Homepage alle diese Parameter eingeben, wie ihr eure Windelfreiwindel oder eure Hose dazu haben wollt. Dann schickt ihr uns den Stoff oder ihr wählt einen Stoff von uns aus. Und dann können wir das genau so kombinieren, dass es am Ende perfekt ist für euch und einfach zu euch passt. Und ganz ehrlich, ich habe heute fast den gleichen Look mit einer braunen Hose. Und ich als Kind würde auch total gerne so bequem und kuschelig und knutschig abgehalten werden. Und das ist halt öолот咯. Und dann sehen wir uns richtig, die Abhalten ein. Und der Hose mit einem TrickGeneral haben dann auch Three. Und dann sagen wir uns zum fall. Untertitelung des ZDF, 2020